Leute, wird der fast 3-monatige Abwärtstrend hier in Bitcoin weiter fortgesetzt? Es sieht ganz danach aus, denn die Bitcoin-Bullen haben es erneut nicht geschafft, diese Trendlinie zu durchbrechen und damit auch nicht das Bären-Level hier in Rot zu brechen. Nein, wir wurden erneut abverkauft von genau diesen Leveln und ebenfalls hat das bullische Level, wo ich gesagt habe, das ist die letzte Chance für die Bitcoin-Bullen noch einmal Kraft zu tanken, nicht gehalten, die Bären waren am längeren Hebel, haben das Ding durchbrochen und so sehen wir uns ganz, ganz schnell wieder bei der 36.000er-Marke. Jetzt natürlich die Frage, wie geht es hier kurzfristig weiter in Bitcoin? Sehen wir das Anlaufen der 34.400er-Marke noch einmal oder kommt es hier in diesem Gesamtkorrektur-Level jetzt zum Stabilisieren und dann zum Durchbruch? Das werden wir Step by Step in diesem Video besprechen und von daher, lasst uns keine Zeit verschwenden. Let's get started! Damit hallo und herzlich willkommen hier zum täglichen Update-Video auf der Kryptowallstreet. Falls du erfolgreich auf den Kryptomärkten handeln möchtest und vor allem auf der Suche nach täglich brandaktuellen Analysen zu Bitcoin, Ethereum und Co. bist, bist du hier genau richtig. Würde mich mega freuen, wenn du dir 2-3 Sekunden Zeit nimmst, einmal runterscrollst, den Like-Button für mich smasht, den Kanal abonnierst und natürlich die Glocke aktivierst und auf alles stellst, damit du keiner dieser brandheißen Informationen mehr verpasst. Und dann starten wir direkt rein mit den Content-Freunden, denn wir sehen uns mal wieder mit einem Decrease der Marktkapitalisierung der letzten 24 Stunden um 5%. Die Bitcoin-Bullen haben es wieder nicht geschafft, aus diesem Abwärtstrend herauszubrechen. Die Bären sind am längeren Hebel und haben den Markt mal wieder abverkauft. 4,7% Verlust in den letzten 24 Stunden für Bitcoin, für Ethereum sogar 6% Verlust und so zieht es sich durch die gesamte Top 10 Solana sogar mit 12,5% Verlust. Das ist nicht ohne, aber heute geht es in diesem Update-Video natürlich um Bitcoin, wenn das ist natürlich unser Leitindex, den müssen wir verfolgen. Es hängt alles davon ab, was der Bitcoin-Preis jetzt macht und von daher lasst uns direkt in den Chart reinspringen. Das heutige Update halte ich wirklich kurz und knackig, Freunde, denn ich bin im Zeitstress. Wenn ich auf die Uhr schaue, in knapp einer Stunde muss ich schon losfahren. Die Sachen sind noch nicht alle gepackt, denn morgen geht es für mich nach Dubai. Aber starten wir rein mit der Bitcoin-Analyse und wir haben hier weiterhin intakt diesen Tagesabwärtstrend seit dem 10. November, der immer wieder respektiert wird. Und wir haben es noch nicht geschafft, hier herauszubrechen. Natürlich ist es ein gigantisches Zeichen für die Bullen, wenn wir diesen Trend, Abwärtstrend jetzt brechen. Natürlich befinden wir uns oder haben die erste Reaktion aus unserem übergeordneten Kauflevel bei 34.400 gesehen. Selbstverständlich dürfen diese Level, wenn es zum Anlaufen kommt, auch weiterhin genutzt werden. Und natürlich kann es auch dazu kommen, dass wir nochmal die 30.400er Marke anlaufen. Dazu schauen wir uns jetzt aber die untergeordneten Szenarien erstmal an, Freunde. In der 4-Stunden-Chart haben wir neue Strukturen identifiziert und neu aufgebaut. Wir haben eine ganz knappe Sequenzaktivierung gesehen mit dem leichten Bruch des Highs. Nichtsdestotrotz, so ein, sage ich mal, kurzer Stich ist für mich keine klare Sequenzaktivierung, weshalb das Ding für mich erstmal soweit nicht valide ist. Ich möchte es auch noch gar nicht zeigen oder auch noch nicht einzeichnen. Nein, für mich war letztendlich, habe ich auch so durchgegeben, das entscheidende Level hier das Bullen-Level in Türkis. Ich habe gesagt, das ist die letzte Chance für die Bitcoin-Bullen noch einmal Power zu tanken und diesen Abwärtstrend endlich zu durchbrechen. Es ist nicht dazu gekommen. Nein, die bärischen Strukturen waren letzten Endes die stärkeren oder die Bären waren am längeren Hebel und haben letzten Endes den Markt runtergedrückt in diesen bärischen Strukturen und die haben wir jetzt auch final gefinisht. Wir haben schon einmal das 200er Extensionsziel angelaufen. Wir haben eine leichte Überextension gesehen. Und für diejenigen, die sich jetzt fragen, was das blaue Level, dunkelblau hier ist, ist nichts anderes als das Gesamtkorrektur-Level, was ich gestern ebenfalls schon durchgegeben habe. Nämlich, wenn das türkisfarbende Level nicht halten sollte, habe ich gesagt, Freunde, sehen wir uns ganz schnell wieder an dieser 36.100er Marke. Und so ist es letztendlich gekommen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kann es hier kurzfristig für Bitcoin weitergehen? Natürlich haben wir die bärischen Strukturen gefinisht und damit ein gewisses Korrektur-Potenzial wieder nach oben eine Erholung gegeben. Nämlich das Gesamtkorrektur-Level nach so einem Sequenz-Finish dürfen wir das Gesamtkorrektur-Level ziehen. Und von daher kann es definitiv in den kommenden Stunden und in den kommenden Tagen zum Aufatmen hier noch einmal kommen im Bitcoin-Preis. Und damit auch nochmal das Anlaufen des vorherigen oder des weiterhin bestehendsten Widerstandes hier bei 38.200. Ist auch ein wunderschöner Überschneidungsbereich mit unserem übergeordneten Bären-Level und von daher gehe ich stark davon aus, dass wir nochmal diese Erholung sehen. Hier ist wirklich aber dann zur finalen Entscheidung kommt, Freunde. Hier, wenn es nicht oder wenn die Bullen es nicht schaffen, dieses Bären-Level zu brechen und damit aus diesem Abwärtstrend heraus zu brechen, sehe ich den Markt mit einem starken Abverkauf noch einmal dieses Level nicht halten und definitiv hier nochmal unsere unteren Regionen bei 34.400 antesten. Also das letzte Low. Denn, wenn wir uns diese gesamte Struktur einfach mal ohne irgendwelche Zeichnungen aus- oder anschauen, dann sieht das Ganze einfach sehr, sehr instabil aus, als ob der Markt jetzt hier so overrollt und dann noch einmal hier dieses Low bestätigen muss, um dann letzten Endes ein stabiles Fundament zu gießen. Also, Freunde, untergeordnet ist der Fahrplan klar. Ich sehe erstmal eine Erholung aus diesem Level. Klar darf der Markt auch hier kurzzeitig in unser Gesamtkorrektur-Level bei 36.100 reinstechen und dann zur Reaktion kommen. Für diejenigen, die gestern live dabei waren beim spontanen Livestream um 19 Uhr, die haben letztendlich auch diesen Live-Trade hier mitbekommen. Freunde, wir standen in etwa um 19 Uhr an diesem Preislevel bei 110 US-Dollar und da haben wir bereits die Ziel-Level auserkoren, nämlich bei knapp 140 US-Dollar. Beim Anschluss kam es zum massiven Up-Run hier in Q&T, zum Sequenz-Ziel-Finish. Herzlichen Glückwunsch an jeden Einzelnen, der sich hier positioniert hatte und jetzt Teilprofite gesichert hat. Und für diejenigen, die jetzt auf der Suche nach einem interessanten Re-Entry sind, habe ich den natürlich auch noch für euch parat, Freunde. Denn ein Video endet nicht ohne eine neue Trade-Idee und wir sehen es hier, Freunde. Wir ziehen uns das Gesamtkorrektur-Level und von daher haben wir hier die nächste Möglichkeit für einen Wiedereinstieg in Q&T in etwa bei 115 US-Dollar. Ganz wichtig, keine Anlageempfehlung, all das, was mir das SK-System sagt. Meine persönliche Erfahrung und persönliche Trade-Idee. Also, Freunde, der kurzfristige Fahrplan hier in Bitcoin sollte definitiv klar sein. In den kommenden beiden Tagen, wo ich, sage ich mal, travel, weiß ich noch nicht, ob ich euch die Update-Videos liefern kann. Ich habe schon eine kleine Idee, dass ich vielleicht mal ein anderes Format ausprobieren werde. Lasst euch überraschen, aber aus Dubai wird es natürlich definitiv immer wieder die regelmäßigen Updates geben. Und wenn du meinen Dubai Trip live verfolgen wolltest, folg mir gerne auf Instagram at yousaymo, findest du auch in der Videobeschreibung. Und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du ein Follow da lässt und mich damit verfolgst. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass du heute aus dem Update-Video was mitnehmen konntest. Falls dem so ist, smash the Like-Button, abonniere diesen Kanal kostenlos und aktiviere die Glocke, damit du keiner dieser brandheißen Informationen und vor allem die Trade-Idees mehr verpasst. Und Freunde, jetzt muss ich los. Ich muss noch schnell ein, zwei Sachen packen. Wir hören uns später. Bis dahin. Ciao, ciao.